Ladl, ladl, ladl. Hallöchen! Heute ist mal wieder ein Türchen vom Adventskalender. Ähm, ich will nicht lange drauf aufhalten. Und zwar habe ich damals, ganz am Anfang, an meinem ersten Aufnahmen, versucht, ein Minecraft-Let's Play aufzunehmen. Bis ich mich ja später dann dafür entschieden habe, Minecraft nicht aufzunehmen, weil es halt ein Endlos-Game ist. Ähm, es hat ziemlich, ziemlich viele Macken gehabt. Erst ging das Programm nicht, dann hat es gehangen, und dann ging die Aufnahmen nicht, und Minecraft ging nicht, und bla bla bla. Was weiß ich, also es ging jede Menge schief. Aber, ein paar Minuten haben von Minecraft überlebt, ein paar klitzekleine Minuten. Und die habe ich geschnitten und gerendert, also fertig gemacht, so zu sagen. Und ich dachte mir so, für den Adventskalender, weißt du was, heute wird nichts gespielt, heute wird die Minecraft-Folge hochgeladen. Eigentlich wollte ich mir die Folge so ein bisschen als Special aufheben, weil es ist einfach mal lustig zu sehen. Aber, wie gesagt, das war die erste Folge, die ich aufgenommen habe. Also wirklich die aller, allererste Folge. Ich bin immer noch eine Anfängerin, aber es ist wirklich die allererste Folge. Also bitte seid nicht zu streng. Und ich lache immer wieder drüber und schüttel den Kopf, wenn ich das anschaue. Aber ich finde es lustig, und guckt euch einfach an, dann wisst ihr, was ich meine. Und ja, ich verabschiede mich damit, mache eine kleine Überblendung zu meinem dollen Video, was jetzt folgt. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und wir sehen uns natürlich morgen wieder zum nächsten Adventskalender. Türchen. Wenn es eigentlich ein Türchen wäre. Also dann bis morgen wünscht euch die Kette. So, Halli, Hallöchen zurück. Hier ist die Kette und ich mache jetzt Versuch Nummer 3. Versuch Nummer 1, leider aufgenommen, aber noch eine halbe Stunde nicht gespeichert. Ja, da kommt Freude auf. Aufnahme Nummer 2, abgebrochen, weil Minecraft abgestürzt ist. Auch ganz toll, freut man sich. Ja, ja, auf Versuch Nummer 3, da wird hoffentlich was. Ich sage trotzdem erstmal Hallöchen. Und versuche es mal, sie haben jetzt eine erste Aufnahme, also. Versuche einfach mal ein bisschen Scheiß zu labern. Nein, also. Ich mache jetzt hier einen Netzbau mit einer Funmap aus dem einfachen Grund. Minecraft spielen tun ja viele. Manche machen es auch ganz toll. Also werde ich die Westerleute sowieso nicht da erreichen. Aber dann dachte ich mir, warum, warum, Kittike, warum baust du nicht einfach noch eine Map? Ich baue ja sowieso Maps. Eine habe ich ja schon hochgeladen, die Dragon Quest. Können auch gerne runterladen. Und dann dachte ich mir, warum baust du nicht einfach mal eine Map und tust sie aber aufnehmen dabei? Das ist doch mal... Da fällt mir gleich der Stift auf der Hand. Uch, schlimm. Jetzt kommt mein Aufnahmekiller. Mein Kater ist mein Aufnahmekiller. Der schläft den ganzen Tag. Sobald ich aufnehmen komme, dann ruiniert mir alles. Hat den ersten Aufnahmen auch ganz gut geklappt. Na, auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Was wollte ich sagen? Was wollte ich denn sagen? Ach ja. Auf jeden Fall baue ich jetzt eine Funmap. Funmap deswegen, weil die erste Map konnte ich auch nicht aufnehmen. Weil es halt wirklich diese Quests und Aufgaben... Das hätte ja man dann schon gekannt und dann braucht man ja die Map nicht mehr selbst spielen, wenn man schon alles kennt. Aber neues Projekt ist ja jetzt eine Funmap. Aus dem einfachen Grund. Und was geht es denn den meisten Maps? Kämpfe, Kriege, Zerstörung, Drachen, Armeen... Und ich werde einfach mal eine Map machen, die... Naja, nicht die neue ist, aber... Vielleicht mal war es die nicht so oft da schon. Und deswegen habe ich überlegt, ich mache eine Funmap. Heißt, ich kann ja auch mal schon mal starten, damit ich nicht nur blöd rumlabere und ihr das Gamemenü sieht. Heißt, zum Beispiel die Bandicam einschaltet, tut man Minecraft wieder rumspinnen. Ist ja herzallerliebst. Hallöchen! Yes! Es geht druckartig, aber es geht. Läuft? Küssen haben wir noch da? Da muss ich mir noch was überlegen. Also, das geht so nicht. Das geht gar nicht. Das kann ich auch... Boah, das hängt total. Na, ist halt ganz toll. Guck, wo kommt der Schaf her? Wo kommt der Schaf her? Aus Wasserfall? Das Schaf kam aus dem Wasserfall. Schön. Es hängt, es hängt, es hängt immer noch. Es hängt immer noch. Es hängt immer noch. Es hängt immer noch. Hallo! Es hängt! Mann, es geht ja gar nicht. Ni, ganz erst... ... ... ... ... ... die ganz ehrlich